Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Agares Generations of War. Für euch haben Kontrolle aus der Flexi-Key und ohne lange Umschweife begeben wir uns direkt in den nächsten Kampf. Gucken wir mal was uns da erwartet. So haben wir mal wieder ein Level ab erreicht. Machen wir so. Nein! Ach was drücke ich denn? Ich bin ja verwirrt. Gut. Dann halt hier nochmal. Status? Ne Status war es nicht. Wo konnte man das denn machen? Party? Ne auch nicht. Ach jetzt. Organize. Pei pei. Genau hier. Wenn ich die nicht verwende, dann sind das allgemeinpunkte für alle oder wie? Kann ich jetzt hier bei den anderen auch sagen? Wenn ich jetzt hier sage, reicht auch 15? Ne, reicht 4. Das hält mich ja jetzt aber auch hier wo not. Da habe ich die Punkte jetzt verschenkt. Ich weiß es nicht. Ist auch real. Dann machen wir zwei auf Intelligenz und dann sind wir weg. So. Ein Event. Das gucken wir uns an. Ich weiß es nicht. Sie sind nicht der Kugel, der Sie am meisten von diesem Kugel zu retten. Das ist auch ein Schwereses. Ich bin sicher, dass ich eine Kugelgekugelde. Vielleicht ist es, ob ich das Kugelgekugelde. Ist es klar, ob es zu retten ist. ... oder was? Es... Jetzt ist die Geschichte vorbei. Wenn du mit deinem Vater sagst, kannst du nicht in der Regierung schlagen. Du bist nicht nur für die Einwohner. Du kannst das nicht vergessen. Müssen wir mal gucken, was da noch kommt, ne? So, nächster Kampf, ihr kennt's, im Schnelldurchlauf in dieser Generation und weiter geht's. Also ich muss immer wieder feststellen, dass ich von den Typen hier schon einen aufs Maul kriege. Aber es nützt nichts, dann müssen wir durch, weiter geht's. So, haben wir uns doch wieder mehr oder weniger erfolgreich durch die Gegend geschlagen. Gucken wir mal, was im Tweda Forest auf uns wartet. So, wie geht's das? So, wie geht's das? Der könnte sich dann hier so zuhören. Ne? Das ist ein Bezeichen. Das was in der Flanze. Aber es ist doch das, was Sie, das würde ich zu essen. Das ist der Flanze. Das ist der Flanze und der Flanze. Ich bin sicher, dass ich zu sehen bin... Warte, lass das! Das ist der Baumgeist, den ich schon seit Ewigkeiten suche. Ach so, das ist ein Monster-Monsters für die Schmerzen! Herr Schatz, ich bin jetzt in Hilfe! Huh? Ah, Moment! Jungs, ich bin sicher, dass wir hierher kommen, wenn wir hierher kommen. Das war's, oder? Bitte, bitte, bitte. Ich werde mich sofort verletzen. Na, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was wir nicht tun. 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 Oh, fundamental. Das ist neu, glaube ich. Ich glaube, das habe ich aber wahrscheinlich auch schon im letzten Teil gesagt. So, Party. Hammer, Thomas, Arona, alle da. Gut, voll frei. Let's get ready to rumble. So, den Kampf können wir uns ja mal wieder angucken. Was haben wir? Katzenfrauen. Katzenfrauen und Bienen. Du bist nicht zufällig ein Baumdämon. Ne, du bist ein Tyrann. Ach, das ist ja langweilig. Was, Armeebiene? Jawohl. Kriegerbiene. Katzenlady. So. Ne, Quatsch. Eins, zwei. So, dann rüber. Und du so. Und du bleibst so. Und ach. So. Standortformation einnehmen. So, was mir schon mal nicht gefällt, ist, dass die alle... Oha. Das war ordentlich. Die sind schneller als ich. Ja, komm. Hallo. 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 Cool bleiben. Ganz cool bleiben. Mädels. Meine Jüte. No, nochmal. Sehr schön. Das wird doch nochmal richtig spannend auf die letzte Generation. Wow. Wo willst du hin? So, erstmal Toma wiederholen. Komm ich nicht hin. Kacke. Aber, äh, Borgnein kommt da hin, wenn ich das grad richtig sehe. So, Armeebiene. Kriegt einen Impuls, kriegt eine Nadel, ähm... Feuerball heben wir uns auf. Borgnein heben wir uns auch auf. Impuls. Und hier machen wir ein Bursted mit dem Double. So, reicht das für das Vieh? Ja, klar, Dicke. Wir haben nicht viele Leben. Das ist schon hin. Scheiße. Viel zu viel rausgeklippt. So, Number One is dead. So, wir sagen mal, hier ist dein Bein und auf der Dicke nochmal. Er hat keine Punkte mehr. Du kommst da wahrscheinlich auch nicht hin. Du hast auch keine Punkte. Ich würde dich aufheben, um... jetzt genau hier mal... Feuerball drauf zu semmeln. Aber aufhand deiner Leben würde ich sagen, ist ein Drain Energy besser. Hm? Ich brauche ein bisschen Saft. So, Borgnein, jetzt sag mir bitte, du kommst da ran. Nein! 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 Verdammt! Was ist das? Warum kommt denn der da nicht hin? Oh, das hiebst doch nicht. Wenn ich den da hinspringen lasse, hilft das? Ne, ist noch weiter weg. Klasse. Oh, nein! Ein Feld! Wegen einem Feld! Oh, das ist doch zum Heulen. Und der fällt jetzt um. Der kommt da nicht weg. Klasse. Alice kommt da auch nicht weg. Oh, wirklich alles perfekt gemacht. Den kann ich auch nicht umstellen. Ist der nicht mehr gelingt. Oh, Mann! Ist echt zum Heulen. Das ist echt zum Heulen. Und Thomas ist genau der erste. Klasse. Echt klasse. Ja, zumindest konzentrieren sie sich grad auf Borgnein. Oh, das ist ja echt super. So. Oh, jetzt sei Dank. Sie ist vorher dran. Das war aber echt knapp. So, wir kommen von hinten nur an den ran. Na, dann nutzen wir das gleich mal. Hier ist der Schloss. Dann fassen wir das. Jetzt um den Rand zu einst. Jetzt können wir die Schnaufe ziehen. Hier 입니다. Ich glaube, wir nehmen erst mal die Bienen hier auseinander. So, zack! Sehr schön. Poisonnickle. So, Thomas noch mal. Jetzt aber leider nicht mehr im Link So, Wojok Na, hat er sich geheilt, wa? So, das Kätzchen hier muss man auch nochmal wegprügeln Die machen echt Aua dafür, dass die so wenig Leben haben So, können wir noch was anzünden Alice, Alice kann noch einen shiny Storm haben Dann machen wir hier noch einen Drain Energy und dann müsste das ja schon reichen Nee, reicht nicht, oh verdammt Reicht hier, äh, normaler Blast Gucken Ne, verdammt Na, dann muss Alice mal ein bisschen was sponsern, was macht denn das? Das klingt, das heilt nur Du musst mal ein normales Gras opfern Ich glaube, zweieinhalbtausend Leben kommen wir mal klar Zwei hundert, reicht da eine Powerattacke? Wahrscheinlich nicht Löp Hast die Jutje macht, so, aber hast die Jutje macht So, ihr wolltet nicht mehr, oder was? Das ist doch cool So, denn, ähm, weiß ich nicht Wie stellt man uns mal hin? Ich glaube, das ist alles doof, irgendwie So, kriegen wir Alice in den Link Den haben wir, wo hat er noch? Wer kann noch da rüber? Ich würde gerne mit Bock Ne, ganz schön, das ist der Server Ähm, puh So, aber lass mal so gucken Alice drehen wir noch ein bisschen Ich drehen wir um, genau, dann haben wir die alle im Link Und dann machen wir das so Und dann sieht das schon wieder ganz gut aus Kätzchen, wo willst du denn hin? Kätzchen, wo willst du denn hin? Kätzchen, wo willst du denn hin? So, hier gibt es erstmal einen Sandstrom So Platinumherz So, Dekon 3000 Leben Kriegen wir das in der Runde hin? Guck mal, die Bienen Männer können doch schon mal Bei dir reicht es auch noch für Drain Energy Du kannst noch einen Impuls Und dann jeter tierlos So, haben wir die werte Dame gerettet Das war ja ein schön knapp Meine Güte Ja, komm, er ist hin Wird sowieso kein Overkill Sehr schick Gibt's dafür was? No Zwei Level Oh, auf jeden Fall Leben Und ein bisschen stärker Kann alles nicht schauen Wie ich dran denke, wie stark Gladius war Und wie schwach Toma dagegen ist Ey, das ist ja peinlich Ist ja richtig peinlich Ich heiße Winfield Ich heiße Winfield Ich heiße Toma Ich heiße Toma Ich heiße jetzt Ich heiße Toma Ich weiß, was ich da Ihr könnt euch in der Stadt der Elf. Das ist eine Briefe, oder? Warum soll ich mich nicht beinahe, dass ich euch nicht beinahe? Wir haben uns nicht so verstanden, dass wir uns nicht mehr als andere Menschen sind. Das ist eine Sache. Ich bin ein, der wir unser, die wir unsern, 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 die wir unsern... Oh Gott, wie ein vieler Alter. Du bist jetzt aufhören, oder? Genau, Fresselden. Du bist zu wenig. Du bist so zu viel Geld? Du bist so zu viel Geld? Du bist so zu viel Geld und ich sag's mal, was du mir immer anwesst, was du mir nicht anwesst. Es ist egal, ob wir in einem Elf oder was, wenn wir in einem Elf gehen, oder was, wenn wir in einem Elf gehen wollen. Bitte, wir müssen nicht in einem Elf gehen, warum wir da hinwollen. Du? Ein Elf, oder? Ja, das ist sie. Hm, ich würde es nicht sagen, was ich sagen würde. Ich bin froh, dass ich mich selbst verletzt habe. Winfield hier ist der Maki, der hier. Ich weiß nicht, dass ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass es auch Mäki gibt. Aber ich weiß nicht, dass es Mäki gibt. Ich weiß nicht, dass es Mäki gibt. Wenn wir die Mäki gibt, wird der Welt verletzt werden. Deswegen müssen wir Mäki noch einmal verletzen oder verletzen. Ich weiß nicht, dass wir die Mäki noch einmal verletzen müssen. Ich weiß nicht, dass wir die Welt verletzen müssen. Bitte, bitte. Kannst du dich anrufen? Ein Geld? Was? Das heißt, es ist Geld. Das ist egal, dass ich das Geld verdient. Ich weiß nicht, dass ich nicht nur das Geld machen kann. Natürlich ist das ein Geld, dass wir es bezüglich, dass wir das Geld verdient. Ich weiß nicht, dass ich das Geld zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich das Geld nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass wir das Geld verdient. Also, ich weiß nicht, dass wir das Geld verdient haben. Das ist egal. Es ist nicht möglich. Bitte schön. Los geht's! Bis dann!